In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie die neue Z21 Updater App funktioniert. Die App hilft Ihnen, von allen neuen Features und Verbesserungen Ihrer Z21-Produkte zu profitieren. Der große Vorteil der App ist, dass Sie das Update jetzt ganz komfortabel mit einem Smartphone oder Tablet durchführen können und keinen Windows-PC benötigen. Lassen Sie uns mit dem Update anfangen. Zu Beginn verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Internet. Wenn Sie jetzt die Updater App öffnen, können Sie überprüfen, ob aktuelle Updates verfügbar sind. Als nächstes wechseln Sie in die Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts und verbinden Sie es mit Ihrer Z21-Zentrale oder Ihrem Smartrail. Öffnen Sie dann wieder die Updater App. Durch Antippen des Pfeils können Sie sich zu Ihrer Zentrale verbinden. Ganz oben wird Ihnen die neueste empfohlene Firmware mit den relevanten Neuerungen angezeigt. Wenn Sie auf Ändern tippen, können Sie gegebenenfalls auch eine andere Firmware-Version auswählen. Weiter unten werden aktuelle Informationen über Ihr verbundenes Steuergerät angezeigt. Die App erkennt automatisch um welches Z21-Produkt es sich handelt. In unserem Fall ist es die schwarze Z21. Um das Update zu starten, tippen Sie ganz einfach auf den Button Jetzt updaten. Jetzt können Sie den automatischen Update-Prozess mitverfolgen. Nach einem erfolgreichen Update können Sie entweder wieder zurück zum vorherigen Screen wechseln oder die Verbindung zur Z21 komplett trennen. Sobald sich Ihr Z21-Gerät bereits auf dem aktuellsten Stand befindet, meldet Ihnen das die App durch den Text, die ausgewählte Firmware ist bereits installiert. Ein erneutes Update mit derselben Firmware wird dadurch verhindert. Wenn Sie keine Videos mehr verpassen wollen, abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit Ihrem immer aktuellen Z21-System. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.